Was ist der Überblick über den Storage Stack? Dann fangen wir doch immer mal ganz nett mit einer Definition an, damit wir nicht alle aneinander vorbeireden. Und falls wir doch noch aneinander vorbeireden, am liebsten sofort die Frage stellen und nicht erst am Ende. Oder wenn ihr noch mal irgendwo ein bisschen tiefer rein wollt, das ist jetzt wirklich eher eine Einführung. Danke. Ja, und wenn man dann im Dictionary, im Wörterbuch nachschreibt, dann weiß ich erst, im Dictionary hat Storage ein paar Definitionen. Nicht alle sind interessant. Die erste ist halt das, woher der Begriff abgeleitet ist. Das ist halt einfach der gute alte Dachboden oder der Keller, der auf Englisch auch einfach nur Storage ist. Und genau so sind wir dann halt bei den Computern dazugekommen. Und heutzutage sagt man halt, any computer device such this, bla bla bla, longer als Memory. Was ganz interessant ist, denn eigentlich ist das eben nicht die Definition, die wir ganz klassisch in der Informatik hatten. Denn wer noch mal die alten Mainframe-Graubärte findet, die reden auch noch recht viel von Primary Storage. Was bei uns im Deutschen auch genauso gut rüberkommt, der Arbeitsspeicher. Ja. Während das, was so neumodisch eigentlich nur noch als Storage bezeichnet wird, das ist halt traditionell das Secondary Storage. Da geht es halt darum, dass wir die Sachen wegspeichern, jetzt wahrscheinlich länger erstmal nicht zugreifen, die Daten gern wieder hätten, möglichst in der gleichen Form und ganz schnell. Aber auch das funktioniert nicht immer. Und dieser Unterschied ist mir noch ganz interessant, weil das heutzutage jetzt langsam wieder verwaschen wird. Da kommen wir zu ganz am Ende des Vortrags. Und wie gesagt, wenn wir jetzt von Storage reden, reden wir meistens von Block Storage. Block Storage heißt deshalb, weil wir immer ein Block von Daten speichern. Also nicht nur ein Bit oder ein Byte, sondern was Größeres. Das ist am typischsten, fast immer sind das 512 Bytes. Das ist so die klassische Größe. Hin und wieder gibt es auch größere Blöcke, die machen dann ganz viele alte Anwendungen kaputt, werden aber theoretisch effizienter. Und dementsprechend geht es in diesem Vortrag halt auch primär um dieses Prinzip Block Storage, also die Festplatten und SSDs. Aber ich werde auch noch ein bisschen in die verwandten Themen schauen, so ganz ein bisschen zum Dateisystem, wie sie interagieren und mehr arbeitsspeicherartigen, aber persistenten Speicher später. Ja, und wie funktioniert nun unsere schöne Block Storage? Vom Prinzip her ist das ganz einfach. Also wenn ich jetzt hier der Professor mit der Einführungsvorlesung wäre, dann stehe ich jetzt in der Tafel und sage, unsere Block Storage haben wir zwei Kommandos. Das ist das Read, das ist das Write. Das erste liest dir deinen Block von der Festplatte, das zweite schreibt so drauf. Ja, eigentlich wäre es so einfach und jetzt wird es kompliziert. Denn einerseits brauchen wir halt jede Menge Informationen über das blöde Ding, mit dem man da sprechen ist. Wie finden wir das überhaupt? Wie groß ist das eigentlich? Wie groß sind die blöden Blöcke? Müssen wir da noch alles machen? Dann sind die Leute auf die tolle Idee gekommen, einen Cache einzubauen. Ein Cache ist, wir haben jetzt in der Festplatte nochmal ein bisschen Arbeit speichert, weil wir nicht genug haben. Und das Device tut jetzt einfach so, als ob es geschrieben hätte, obwohl es das nicht hat. Na schön, dann müssen wir uns jetzt einfach drum kümmern. Und wie funktioniert Block Storage nun wirklich? Ja, eigentlich genauso, außer wenn es kompliziert wird. Und kompliziert wird schnell. Und die erste große Komplikation, die wir zum Glück einfach für diesen Vortrag mal weitestgehend ignorieren, weil das im Überblick nichts zu tun hat, in der Praxis aber sehr, sehr relevant ist, ist die Fehlerbehandlung. Was machen wir jetzt, wenn die blöde Festplatte nicht antwortet? Es geht ja immerhin um die Daten. Und dann gibt es sehr, sehr komplexe Routinen, wie man das nochmal macht, wie man was abbricht, wie man Resets von allen möglichen beteiligten Komponenten macht und so weiter. Das andere ist, die Leute wollen ja ihre Daten nicht nur wiederhaben, sondern ganz schnell. Das heißt, da wird links und rechts und oben und unten optimiert, makro-optimiert, mikro-optimiert, wird da noch irgendwas eingebaut. Das ist auch ein ganz, ganz großer Teil von Sachen, die mit dem prinzipiellen Modell nichts mehr zu tun haben. Das dritte sind, es gibt ganz viele tolle neue Kommandos, was man noch cooles anderes machen könnte, außer nur lesen und schreiben. Das wird ja irgendwann langweilig. Das machen wir ja schon seit über 50 Jahren. Und das andere ist, dass man jetzt zu jedem Block bei vielen modernen Speichermedien auch noch Metadaten dazu schreiben kann. Warum und wofür das nützlich ist, werden wir im Detail mal drauf eingehen. Jetzt fangen wir erst mal mit den Kommandos an, was für viele Menschen, oder viele Menschen, den Menschen interessiert es nicht, für viele Computer, die von vielen Menschen benutzt werden, sehr wichtig ist, ist etwas, das heißt Trim in ATA, also das, was normalerweise in einem Laptop oder Computer ist, oder in SCSI heißt das Unmap, ist aber das Gleiche. Und die Idee ist jetzt unserem Gerät zu sagen, du, die Daten, die wir da mal geschrieben haben, die habe ich jetzt zwar nicht überschrieben, aber eigentlich brauche ich die nicht mehr. Hat sich jetzt toll an. Was will das blöde Ding damit überhaupt, ne? Was interessiert, ist die blöde Festplatte, ob das jetzt noch benutzt wird. Das Problem ist, die Festplatte interessiert es nicht, die braucht es nicht, aber die SSD interessiert es sehr gut, wenn man einen Flashspeicher hat, weil sie das anders verwenden kann. Und dementsprechend ist das mit dem Aufkommen dieser Teile sehr relevant geworden. Es gibt Kommandos, um Daten rüber zu kopieren. Das leuchtet vom Prinzip einfach mal jeden ein, anstatt alles erstmal zu lesen, wieder zu schreiben, kann man schauen, dass das vielleicht gleich kopiert. Das ist vor allem dann interessant, wenn es das eigentlich gar nicht kopiert, sondern nur so tool als ob und dann nur die Sachen neu schreibt, wenn man sie wirklich überschreibt. Das Dritte, was jetzt noch so aktuell wäre, wäre zum Beispiel WriteSame. Der Name ist eigentlich, Programm. Und die Idee ist halt einfach, dass wir einen Block Daten kriegen, den aber ganz oft rausschreiben. Sehr beliebt, um alles auf Null zurückzusetzen. Dann gibt es aber noch viel kompliziertere Varianten, wo dann noch irgendein Counter mitgezählt wird und dann entsprechend Pattern hängen und so weiter. Also kann beliebig kompliziert werden. Okay, das ist jetzt das, was wir machen. Und wenn wir uns jetzt den Kern vom Linux Block Storage Stack anschauen, dann schaut das so aus, wie in diesem schönen Diagramm. Ganz oben haben wir was, das nennen wir das BIO API. Das heißt nach der Struktur, auf der das alles basiert, also eine C-Struktur, Datenstruktur, Struct BIO. Und das ist das, was die Systeme, die die Storage verwenden, runterschicken. Das sind primär Dateisysteme. Also Block.io kommt vor allem von Dateisystemen, aber man kann auch direkt das Block Device ansprechen. Das machen zum Beispiel Datenbanken oft. Die benutzen dann kein zugrunde liegendes Dateisystem, sondern gehen quasi direkt auf die Festplatte oder das Storage Device. Und das ist eine kleine Struktur. Die schauen wir uns jetzt nochmal an, bevor wir da weitergehen. Und das wäre jetzt so das einfachste Beispiel, wie ich jetzt im Linux Kernel sage, ich möchte jetzt was von einem Block Device lesen oder schreiben. Also ich alloziere mir diese kleine Struktur, sage, ich will ja nur einen Eintrag drin haben, sage, ich möchte jetzt auf ein Device gehen, ich möchte auf eine Sektor- oder Blocknummer geben. Das sind zwei Terminologien, die Leute austauschbar verwenden. Da hat man sich nie darauf geeinigt, was man jetzt eigentlich benutzen will. Deshalb ist es völlig durcheinander. Es gibt ein Callback, sag mir Bescheid, wenn du fertig bist. Hier bin ich, also alles asynchron. Und dann fügen wir den Payload dazu. Also in dieser Variable, die üblicherweise Payjust, stehen dann diese Daten, die wir lesen und schreiben wollen. Also zum Beispiel die Hello World Datei, die wir jetzt lesen wollen. Und wie groß das ist und dann schicken wir es los. Und haben dann Parameter, der sagt halt, lies es, schreib es. Und dann gibt es theoretisch noch ein paar Flex da drin, die wir aber für die Übersicht ignorieren können. Und diese API geht dann eigentlich nur in einen kleinen Dispatch Layer, der dann schaut, welcher Treiber ist und dafür eigentlich zuständig. Und da haben wir dann halt ein paar Optionen. So die erste Variante können wir da quasi eine Schleife aufbauen. Wir gehen in etwas, das nennen wir einen Remapping-Treiber. Das wäre halt ein Block-Device, das oben ein Request annimmt und ihn unten wieder ausspuckt. Also die typische Idee wäre halt ein RAID-Device. Also wenn ich meine Daten habe und sie zweimal auf jeweils eine Platte schreiben will oder in ein bisschen kompliziertere Transformationen machen will, dann sitzt das genau da. Und sonst gehen wir eigentlich in den eigentlichen Storage-Stack, der wiederum nach der Struktur, der nach der zentralen Datenstruktur heißt, der Request-Layer. Der macht dann so Sachen, um zu schauen, ob wir vielleicht ein paar mehr IOs von der Sorte kriegen und die zusammenfügen, weil Festplatten doch immer das lieber mögen, wenn sie immer großen IOs kriegen. Da gibt es auch Scheduler für IOs, das man zum Beispiel sagen kann, wenn wir jetzt mehrere Container haben, für alle, die gern gehypte Docker-Sachen benutzen, die dann sagen, ja, aber Container A darf jetzt nicht viel mehr IO machen als Container B, die haben ja beide das Gleiche bezahlt, das kann jetzt nicht sein, dass einer das alles ausnutzt und so weiter und so fort. Und darunter fangen dann an, eigentlich die richtigen Treiber zu sitzen. Also entweder direkt darunter oder für die typische Hardware, die die allermeisten Storage-Devices heutzutage sind, die sprechen eigentlich zwei Protokolle. Einmal ist SCSI, das ist das Small Computer Storage Interface. Das wird vor allem viel von High-End Storage benutzt, das heißt, wenn man jetzt im Rechenzentrum ein Festplatten-Array stehen hat, hat das oder generell eine teure Festplatte. Während das andere Interface, was recht beliebt ist, ist ATA oder SATA heute, die serielle Variante. Das ist das, was man typischerweise hat im Laptop oder im PC oder auch in einfacheren Enterprise-Platten, also so Near-Line Storage, also billigere Sachen generell. Das ist das Interface für billiges Zeug. Und weil da verschiedenste Treiber das gleiche Protokoll sprechen, haben wir da noch einen weiteren Layer drin. Und ganz komischerweise geht die Ansprechung von den ARTA-Platten auch durch den SCSI-Layer. Das macht eigentlich keinen Sinn, aber Leute haben sich damit mal Arbeit gespart. und jetzt wird man es nicht mehr los. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen auf die Treiber ein. Also bei diesen Remapping-Treiber, die wir da oben mit dem kleinen Schleifchen hatten, da gibt es eigentlich zwei ganz große Frameworks. Eins heißt MD. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wofür das mal stand, aber ich glaube Multiple Devices. Und das hat so diese klassischen RAID-Sachen. Weiß nicht, wisst ihr alle, was RAID ist? Oder müssen wir da noch ein bisschen durchgehen? Super. Und das ist so die klassische Geschichte der Ältere. Und für alles, was dann komplizierter wird, gibt es DM, lustiges Spiel mit den Buchstaben, den Device Mapper. Und den Device Mapper kennt man als Admin oder Anwender eigentlich nicht so direkt, sondern mehr als LVM, der Logical Volume Manager, das die User Space Komponente davon ist. Das mir halt erlaubt, relativ flexibel meine Volumen über verschiedene Platten zu verschieben. Und der unterstützt halt auch ganz viele zusätzliche Features. Also Thin Provisioning, also Storage Devices größer zur Verfügung zu stellen, als man eigentlich wirklich Platz auf dem physikalischen Device hat und zu beten, dass die Leute ihn nicht alle benutzen oder dass man schnell genug anrufen kann und neue Platten dazukaufen kann, wenn sie es tun. Interessante Sache ist, muss man selten, die Leute nutzen ihren Speicherplatz eh aus. Aber Caching können wir dann noch machen. Also man kann zum Beispiel dann eine SSD verwenden, um schnelle Zugriffe mit dieser zufriedenzustellen und die langsameren oder länger gespeicherten Sachen auf eine Festplatte rausgehen zu lassen. Ganz lustig ist, dass das LVM auch Device Mapper benutzt, um die Rate Level zu implementieren. Also das hört sich jetzt so ein bisschen nach einer Duplizierung an, von dem, was wir oben haben. War es früher zu einem kleinen Teil, aber als sie dann auch noch die komplizierten Sachen, also RAID 5 und RAID 6 hinzufügen wollten, da haben wir ihnen erstmal einen Finger gegeben und jetzt benutzt Device Mapper die gleiche Implementierung wie MD nur durch noch einen Layer. Also man kann quasi über zwei verschiedene Benutzerinterfaces letztendlich zum gleichen Code gelangen und einen kleinen Umweg. Und was dann auch sehr interessant ist, was ich eigentlich gehofft hatte, sagen zu können, dass wir das schon haben, aber die Leute kommen nicht in die Pötte. Frage, MD und RAID, in dem Moment, wo ich ein RAID-Device anlege, benutzen wir das gleiche On-Disk-Format oder unterscheidet sich das? Jein. Okay, das wird kompliziert, aber ich erkläre es mal kurz. Also die Idee ist, dass seit einiger Zeit MD-Disk-Format agnostisch ist. Also es gibt das traditionelle MD-Disk-Format und das muss man aber nicht benutzen, weil zum Beispiel viele so eher Consumer-Device-Server zum Beispiel ein Software-RAID haben, was von BIOS unterstützt wird, damit sie dir für Windows einen teuren Treiber verkaufen können, der RAID-Excelerator ist. Und damit wir unter Linux dann mit solchen Devices auch umgehen können, mussten wir die Metadaten-Formate davon quasi supporten. Und genau über diese Ebene kommt dann der Device-Mapper auch rein und benutzt sein eigenes Format für den Superblock, kann aber die eigentlichen RAID-Algorithmen übernehmen. Also sie benutzen standardmäßig nicht das gleiche, aber wahrscheinlich könntest du das so machen, wenn du es unbedingt wolltest, mit relativ wenigen Code-Änderungen oder sogar nur User-Space. Aber so out of the box ist es anders. Ja. Gibt es Unterschiede im Grundfall und in der Laufzeit nicht? Auch in W-Macher oder in W-Macher? Also rein theoretisch ja, aber nicht praktisch relevant. Also der Code, du hast halt noch eine Indirection, durch die du jedes Mal durchgehst, aber die ist so klein, dass sie eigentlich keinen Impact machen sollte. Und was halt sehr interessant ist von der Stony Brook University in New York, war das ein Forschungsprojekt, was ich echt gehofft hatte, dass wir es bald drin haben, ist die Duplication. Also wenn jetzt, sage ich mal, die Leute da ihren gleichen BitTorrent-Film 20 Mal drauf haben, die verschiedenen Usern oder fünf virtuelle Maschinen, die alle irgendein Windows drauf haben mit verschiedenen Spielen, dass man die Daten dann nicht mehrfach speichert. Und das machen zum Beispiel viele High-End-Storage-Devices schon intern, aber das wäre halt super, das auch in einem kompletten Linux-Verein-Software-Stack zu machen. Und die haben dann eine sehr schöne Implementation geschrieben, die sich auch viel Code teilt mit den anderen komplizierten Device-Mapper-Modulen, also wie diese Caching-Geschichten und den Provisioning-Geschichten, dass sie da quasi eine gemeinsame Library benutzen, die gleichen BitTrees, dass man das nicht fünfmal debuggen muss, sondern das einmal benutzt wird. Und ich hoffe, dass wir das bald haben. Und dann gibt es noch ein paar andere Module, die nicht in diese Frameworks gehören. Also einmal sehr interessant für gewisse Szenarien ist DRBD. Das ist quasi ein Remote Mirror. Also du schreibst einmal auf ein lokales Device weiter, aber es geht auch über das Netzwerk zu einem zweiten Rechner, der zum Beispiel in einem anderen Rechenzentrum steht, wenn man halt kein Single Point of Failure auch auf der Rechenzentrumsebene haben will, dass man die Daten halt wirklich an zwei verschiedenen Standorten hat und wird in entsprechenden Setups auch sehr gerne benutzt. Das ist von Lin-Wittner, österreichischen Firma, ist ganz interessant. Dann gibt es noch B-Cache, das ist noch so ein Flash-Caching-Teil, also ähnlich wie das im Device-Mapper. Tendenziell ein bisschen mehr Advanced-Algorithmen und so weiter, aber komplett instabil, weil der Entwickler ein Chaot ist, also lieber Finger von lassen. Und die eigentlichen Treiber, ich habe es jetzt einfach mal Gerätetreiber tituliert, weil es da kein wirklich direkt passendes Wort gibt, jetzt auf Englisch könnte man noch Bottom of Stack sagen, aber das übersetzt sich auf Deutsch so schlecht. Da haben wir dann halt meist die echten Hardware-Treiber, also für den Adler-Controller im Notebook, für die ganzen SCSI-Adapter, die man hat oder SaaS heutzutage, Fiber-Channel, tralala. Und das ist eigentlich ein Thema für sich. Also wen das prinzipiell interessiert, sollte sich einen der Treiber-Talks heute anhören, so wie der Touchpad-Treiber. Wenn man das Treiber entwickeln, ist eigentlich relativ ähnlich, egal, ob man jetzt, sage ich mal, ein Touchpad oder ein Storage-Device oder eine Soundcard hat. Und was halt noch sehr, sehr interessant ist, sind die Treiber, die eben nicht mit einem Stück Hardware sprechen, sondern Protokolle oder interne Sachen abbilden. Und das eine ist halt Netzwerkprotokolle, so das bekannteste ist iSCSI, das ist die SCSI-Kommandos, über die wir vorher schon geredet haben, einfach über eine TCP-IP-Connection senden. Und ich sage jetzt einfach, das ist es nicht. Sie haben das so kompliziert gemacht, wie nur irgendwie möglich. Aber trotzdem auch für TCP-IP, dann gibt es halt in ganz einfach, gibt es NBD, darüber gibt es heute sogar noch einen Vortrag. Das ist halt wirklich nur diese einfachsten Kommandos, die wir vorne erwähnt haben, über TCP-IP. Also wirklich richtig, richtig simpel. Das könnte man auch in einem Uni-Programmierkurs einen einfachen, kleinen oder Server für schreiben. Gut, da braucht natürlich mehr Arbeit, das ist eine andere Geschichte, aber so mal vom Prinzip sehr, sehr einfach. Und dann gab es noch ein lustiges Protokoll, was jetzt nicht mehr so in Benutzung war oder eigentlich noch nie richtig viel in Benutzung war. Das ist Arta over Ethernet. Das nimmt das Protokoll, was man halt so für die billigen Festplatten nimmt und schickt es dann eben nicht über TCP-IP, sondern über rohes Ethernet. Also eine Ebene weiter unten, nicht routbar und so weiter. Und es hieß, das wäre alles schneller und effizienter, aber wirklich durchgesetzt tatsächlich. Das andere ist die Möglichkeit, sich direkt an Cluster-Storage anzubinden und das Beispiel da ist der sogenannte RBD-Driver, der zum Ceph-Projekt gehört, also einem Distributed Dateisystem, Block Storage, Object Store, Scale-Out auf ganz, ganz viele Nodes und das kann man halt auch direkt einfach unter Linux als Block-Device verwenden. Und auch noch sehr interessant ist der sogenannte Loop-Treiber. Der nimmt einfach eine Datei in irgendeinem Dateisystem und präsentiert sie dir wieder als Block-Device. So, und jetzt haben wir mal einen Überblick. Jetzt schauen wir mal an mein kleines Projekt hin, was ich gemacht habe und das ist halt die Performance rauszukriegen. So, lange Zeit war Storage-Performance relativ uninteressant. Es gab die Platten, die wurden dann irgendwann mal ein bisschen schneller, hatten ein paar Umdrehungen, aber prinzipiell waren sie eigentlich immer auch schon. Und dann kam halt Flash-Speicher auf, der halt nicht nur im Emirate-Bereich in kleinen Mengen verwendbar war, sondern dann halt wirklich als echte Storage in den letzten zehn Jahren, ungefähr knapp zehn Jahre. Und auf einmal war Storage ein Bottleneck. Und dann habe ich halt hier diesen schönen Benchmark, wo wir, also die Lunds sind einzelne Storage-Devices, die wir hier unten haben und haben halt mit einem Device angefangen, sind dann bis 16 und wenn jetzt alles funktionieren würde, dann müsste das hier halt senkrecht hochgehen. Aber es ist halt mit jedem zugegangenen Ding langsamer geworden und am Ende wird es halt einfach nicht mehr schneller. Warum ist sowas? Weil man den Code halt nie darauf optimieren hat, dass man jetzt ein großes System hat, richtig schnell, tausende Anfragen, die Sekunde und so weiter. Und das Problem, haben wir dann geschaut, das Problem ist in diesem Request-Layer, den wir hier oben hatten, also der Mittel-Layer, unter dem fast alle echten Treiber hängen. Und die ersten Workarounds gab es halt, als die teuren Flash-Karten aufkamen, dass sie diesen, hätte ich auch gleich da bleiben können, diesen Layer umgangen haben. Dann haben sie nämlich den Pfaden an diesem Pfeil hier ganz links benutzt, über den ich vorhin nicht gesprochen habe. Das heißt, sie haben einen Treiber für das gleiche API geschrieben, das wir sonst halt nur für diese High-Level-Remapper machen. Das ist deutlich schneller, weil das wirklich nur ein kleiner Funktionsaufruf ist, also indirekter Funktionsaufruf und eben dieser ganze Merging, Scheduling, sonst was Code nicht drin ist, der es langsam gemacht hat. Das war relativ einfach, aber andererseits sind da halt sehr viele Features drin, die das Treiber-Schreiben sehr viel einfacher machen. Das heißt, die mussten jetzt hunderte, tausende Zeilen von Code in jedem Treiber das irgendwie neu implementieren, haben es natürlich meist irgendwie ein bisschen falsch gemacht, weil sie die Erfahrung nicht damit hatten. Und das ist natürlich jetzt auch recht suboptimal, wenn man eine gemeinsame Funktionalität hat, die die Leute dann aber nicht mehr benutzen, weil es zu langsam ist. Und dann gibt es halt dieses Projekt Block MQ. MQ steht für Multi-Q. Und das ist quasi ein Ersatz für diesen Request-Layer. Arbeiten immer noch auf der Struktur, sieht aber anders aus, ist komplett neuer Code, der eigentlich nichts übernommen hat. Der erste Prototyp ist aus 2011, also inzwischen auch schon wieder vier Jahre alt, von Jens Axpo. Das ist ein Däne und der Maintainer vom Linux Block-Layer. Und in Linux 3.13, also letztes Jahr haben wir das dann jetzt endlich im Kernel gehabt, zusammen mit den ersten paar Treibern, die es benutzt haben. Und ich habe da halt sehr viel Code noch für geschrieben und Teile neu geschrieben, weil wir das dann halt für SCSI anwenden wollten, also damit all diese Treiber, die hier unter dem blauen Balken sind, das quasi benutzen können. Und da habe ich auch einen Vortrag drüber gehalten, den wir hinten in links haben. Also wer sich für Details von sowas mehr interessiert, da sind ein paar Links dabei. Und die Idee von diesem Block-MQ-Layer, und da habe ich doch auch ein Diagramm hier, ist halt, dass wir schauen, dass wir so viel wie möglich CPU-Lokal machen. Und hier oben, so oben das Gelbe, sind jetzt unsere Prozesse, von denen wir zum Beispiel mal ausgehen, dass die jetzt jeweils auf verschiedenen CPUs sind. Und dann nehmen wir den halt ja IO ab, erst mal in per CPU-Queues. Das heißt, die Applikation kümmert sich jetzt nicht drum, wie sie das, oder die Applikation sowieso nicht, aber der Layer, der es verwendet, kümmert sich jetzt nicht direkt drum, wie das auf die Hardware kommt, sondern gibt es erst mal ab an den Block-Layer, und der Block-Layer kümmert sich drum. Der Block-Layer hat es dann in CPU-Lokalen Listen. Es hat den Vorteil, dass man kein nennenswertes Locking machen muss, also nicht die ganze Zeit Cache-Lines anfasst, die auf anderen CPUs sind, was sehr, sehr teuer ist in großen Computersystemen. Und dann haben wir einen Algorithmus, der für jede Software-Queue einmal die echte Hardware-Queue findet, auf die es geht. Und da sind jetzt mehrere eingezeichnet. Für einen Großteil der real existierenden Hardware gibt es aber nur eine. Also es gibt inzwischen einige sehr neue, sehr gute Hardware, die mehrere Queues hat. Zum Beispiel habt ihr von NVMe mal was gehört. Das ist halt ein Standard für PCI-Express-Flashkarten. Die unterstützen zum Beispiel eine große Zahl von Queues. Also wenn ich ein NVMe-Device habe, dann kann ich hier quasi, was ich auf Englisch geschrieben habe, oben, nee, unten, für jede CPU dann wirklich eine Hardware-Queue allozieren. Und dann müssen wir quasi nie globalen State anfassen. Das Typische für ältere Hardware ist halt, dass wir trotzdem nur eine haben. Aber zumindest müssen wir dann den State nicht so oft anfassen. Nicht jedes Mal, wenn ein I.O. rausgeht, sondern genau dann, wenn wir einen Scheduler haben, der das anfasst und das total minimiert, damit das so selten wie möglich passiert. Und wenn wir dann jetzt wieder unsere vorher Grafik ankauen, also gleiches Setup, jetzt nur mit dem neuen Kernel, mit den Änderungen, die Jens und ich geschrieben haben, dann skalieren wir eigentlich bis zu einer Million I.O.-Operationen in der Sekunde linear und danach kann die Hardware nicht mehr. Und wenn wir uns dann zum Beispiel mal die Profiling-Daten anholen, also die sind jetzt von dem Toolperf, was mit dem Linux-Kernel kommt, mit dem man sehr gut profilen kann. Und uns dann das Profile von dem alten Kernel angucken, dann sind da drei Funktionsnamen ganz oben, die auch vielleicht jemand, der mit dem Linux-Kernel nichts zu tun hat, vielleicht sagen, was sie da tun. Also das ist ein Spin-Log, eine Synchronisationsprimitive, die halt wirklich immer draufhaut, die nicht irgendwie wartet und jemand anders machen lässt, sondern einfach CPU-Zyklen verbrennt. Und das waren halt ungefähr 75 Prozent der CPU-Zyklen, die wir auf diesem großen System hatten. Und das ist natürlich nicht schnell und das ist auch voll nicht öko, denn der Strom muss ja auch erst mal erzeugt werden. Und wie gesagt, nachdem wir das dann neu geschrieben haben, verbrauchen wir, selbst bei dieser einen Millionen IOPS, eigentlich fast keine CPU mehr. Und die Anwendung kann was machen oder eventuell könnte die CPU in Stromsparmodus gehen, das hatten wir nicht dann beim Benchmarken auch, da hatten wir einen Workload, der ist nämlich dann langsamer geworden, nachdem wir alles besser gemacht haben. Und dann standen wir da, was ist denn da jetzt los? Das war ja vorher eigentlich schon nie ausgelastet und dann haben wir gemerkt, oh ja, jetzt ist die CPU so wenig ausgelastet, dass sie in Tiefschlafen-Modus geht und dann wird die Applikation langsamer. Na ja, schön. Und jetzt das Dritte, das nächste ganz Interessante, wo ich vorhin auch schon mal ganz leicht darauf hingewiesen habe, sind diese zusätzlichen Metadaten. Und das fällt so unter T10, ist das Standardkomitee, wo SCSI spezifiziert wird und das sind die Data Integrity Extensions. Und die Idee ist, dass wir jetzt für unseren 512-Byte-Block jetzt auf der Festplatte und im Transfer noch mal zusätzliche 8 Bytes haben. Die benutzen wir jetzt nicht direkt, um die Daten reinzumachen, denn 520-Byte-Blöcke würde alles total verwirren und alles würde kaputt gehen, sondern die haben wir separat, also quasi für jeden Block transferieren oder woanders nochmal die 8 Bytes. Und die haben eine spezielle Bedeutung. Und ich sehe gerade, da fehlt ein F in den Slides, also da, wo re-tag steht, sollte re-tag stehen. Und das sind die ersten 2 Bytes. Die ersten 2 Bytes sind ein CRC, also ein Checksum von den Blockdaten und die werden mittransferiert. Und haben vielleicht viele schon mal gehört, dass heute die meisten Dateisysteme auch Checksums anlegen, damit man halt sieht, ob die Daten auch noch wirklich die sind, die da waren. Was sich jetzt allerdings rausstellt, ist, dass Festplatten eigentlich ziemlich gut sind, dir die Daten wieder zurückzugeben, denn die haben diese ganzen Checksums auch schon da drin. Das Problem ist, dass die ganzen Verbindungen zwischen der Festplatte und deiner Applikation viel schlechter dabei sind. Die scheiß Kabel machen die ganze Zeit irgendwelche Bits kaputt. Die Storage-Controller-Firmware ist buggy, das Operating-System schreibt irgendwo, überschreibt deinen Speicher und so weiter. Das ist alles viel, viel wahrscheinlicher, als dass die Festplatte die falsche Daten zurückgibt. Und deshalb ist die Idee, dass diese Checksumme End-to-End ist. Also theoretisch schon von der Anwendung, dafür haben wir kein gutes Interface, aber zumindest vom obersten Layer des Betriebssystems bis in die Festplatte rein. Das heißt, die Festplatte kriegt das Checksumme mit und wenn jetzt da irgendwo ein Bitfehler im Kabel war, dann sieht die Festplatte, nee, nee, mit dem Transfer stimmt nichts, schickt mir das bitte nochmal. Und das an sich ist schon gut, hilft aber nicht gegen alle. Oh je, ich habe noch einen Fehler drin, die Slide ist fürchterlich. Na gut, egal. Es gibt noch zwei weitere Tags. Der eine ist, den Namen habe ich auch vergessen, aber ich habe einen Link zu einem Slide-Set, wo es nur um das Thema gibt. Da kann man das nochmal deutlich kompetenter nachlesen. Auf jeden Fall, der eine Tag ist wirklich applikationsspezifisch. Das ist der mit den vier Bytes. Und das Ganze kommt von Oracle. Die haben es eigentlich ursprünglich für ihre Datenbank verwendet und da schreibt die Datenbank jetzt noch in vier Bytes rein, was sie da eigentlich genau mit dem Block vorhat. Also da kann der Benutzer das noch markieren, das gehört irgendwie zu einem Log oder das gehört zu einem Datenset und wenn das nicht stimmt, dann bumm. Und dann gibt es noch einen anderen Tag, der wird automatisch generiert. Normalerweise schreibt man da einen Teil der Blocknummer rein und da geht es halt um Out-of-Place-Rides. Also eine typische Korruption ist halt, wir haben einen Block, der an sich eigentlich komplett richtig ist, er steht nur an der falschen Stelle. Und das will man halt darüber erkennen, dass man quasi als Metadaten dazu hat, wo dieser Block eigentlich stehen sollte. Das machen wir zum Beispiel in den Dateisystemen auch. Zum Beispiel die Checksum-Extension für XFS, die ich mitgeschrieben habe. Da haben wir dann in jedem Metadaten-Block steht auch drin, welcher Block soll es sein, welche Generation vom Block soll es sein, dass man auch verifizieren kann, dass die Daten nicht nur korrekt sind, sondern auch die, die wir wirklich wollen. Und irgendwer wollte, glaube ich, noch fragen. Ja. Ja. Also Melanox macht das halt bei, wenn du über Infini-Band gehst, da sind sie die einzigen. Bei allem, was so SaaS oder Fiber-Channel ist, wird es eigentlich überall unterstützt. Und bei NVMe fast überall, also bei allen außer den Consumer-Devices. So, und jetzt das vorletzte große Thema, was wir noch haben, ist, am Anfang habe ich ja gesagt, wir reden vor allem von dem Block-Storage. Und jetzt gibt es noch eine andere Sorte Storage, die jetzt so langsam, aber massiv kommt gerade. Wobei sie eigentlich schon recht alt ist, nur keiner wusste davon. Und die Idee ist, Persistent Memory, also persistenten Arbeitsspeicher, Arbeitsstreicher-Lookalike zu haben. Und da, wo es das wirklich schon seit Jahrzehnten, oder zumindest eineinhalb, zwei Jahrzehnten gibt, sind Caches in RAID-Controllern. Also wenn ich mir da jetzt so einen Adapter kaufe, den ich in PC-Express-Straße liebe und ein paar Festplatten dran habe, dann kommt der ganz oft mit einer Option, da einen Cache einzubauen. Und dieser Cache besteht eigentlich normalerweise aus einem ganz normalen DIM mit Arbeitsspeicher drauf, einem kleinen bisschen Flash und einer Batterie oder einem Kapazitator. Und die Idee ist einfach, das Ding merkt, wenn die Stromzufuhr vom Mainboard oder vom PC-Express-Slot weggeht und dann wird der Arbeitsspeicher rausgeschrieben. Das hört sich relativ gefährlich an, ist es auch, wenn man es falsch macht, aber die Hersteller davon haben das recht gut im Griff. Und klassisch kam das halt in RAID-Controllern, jetzt so seit fünf, sechs Jahren, gibt es von Intel auch eine Option, das halt am Hauptspeicherbus zu haben. Also das genau wie einen normalen Speicherriegel da drin zu haben. Das wurde aber jahrelang nur an Storage-OEMs verkauft, also nur an irgendwelche Embedded Systems, sehr große Embedded Systems. Und jetzt, da Intel ein neues Produkt hat, wird es auf einmal allgemein verfügbar. Und der Vorteil ist halt, dass wir gerade in dem Fall, wo es halt wirklich das echte DRAM ist, ist der Zugriff halt genauso schnell wie auf Arbeitsspeicher, weil es ist ein Arbeitsspeicher. Das heißt, der ist unglaublich schnell und der Zugriff ist byte adressierbar. Also ich muss mich jetzt nicht jedes Mal um meine 512-Byte-Blocks kümmern, sondern kann auch wirklich ein einzelnes byte rausschreiben. Beziehungsweise nicht ganz, weil es noch Cashlines gibt, aber im Prinzip ja, wenn man aufpasst. Und was das jetzt halt auch noch treibt, außer diesem wirklichen Arbeitsspeicher mit Backup, da gibt es jetzt noch ein paar Technologien, die ähnlich, also fast so gute oder zumindest deutlich massiv besser als Festplatten und SSDs Zugriffen gibt. Das eine ist das Face Change Memory, wo Leute jetzt schon ewig dran rumwerkeln und es ist in kleinen Mengen auch wirklich in Production gibt. Und jetzt gerade von letzter Woche große Ankündigung von Intel on Micron, was das sehr marketingtechnisch 3D-X-Point heißt. und die Leute sind noch groß am sich wundern, ob das eigentlich genau das PCM ist, nur in einem leicht verbesserten Verfahren oder doch was anderes. Das ist alles ein bisschen unklar. Aber die Idee ist auf jeden Fall, dass man fast in die Größenordnung der Zugriffslatenzen vom Arbeitsspeicher kommt und halt einfach massiv besser ist, als was man mit Flash machen kann. Und was da halt sehr, sehr interessant ist, dass diese Byte-Arressierung total ungewohnt ist. Denn das Problem ist nicht nur, dass das jetzt viele Sachen einfacher macht, wo man vorher Read-Modify-Wide machen muss, sondern dass Applikationen, Datenbanken zum Beispiel, Dateisysteme oft zugrunde liegt, dass diese 512 Bytes auch zusammengeschrieben wurden. Also alte Dateisysteme, die keine Checksums haben, da musst du deinen Commit-Block 512 Atomic schreiben. Und wenn das nicht passiert, das heißt ein Torn-Write, dann sind im schlimmsten Fall alle deine Daten weg. Und für alle Leute, die sowas gemacht haben, ist das jetzt eine Katastrophe. Und dann gibt es zum Beispiel, die Intel-Leute jetzt geschrieben, einen Translation-Layer, damit es wieder so aussieht wie ein Block, obwohl es eigentlich beide dressierbar sind. Andererseits funktioniert das natürlich auch genau andersrum super, denn jetzt kann ich genau irgendeine Datenstruktur, die ich eigentlich nur im Hauptspeicher verwendet habe, irgendwelche obskuren Trees, die ich in meiner Klasse gemacht habe und so weiter, eigentlich persistent in diesem Persistent Memory ablegen. Das hört sich erstmal richtig cool an, bis dann jemand einen Pointer auf nicht-persistentes Memory in seinem Tree hat und alles schief geht. Also das ist alles sehr, sehr interessant, aber es gibt auch ganz viele Stricke, die man umweiden muss. Und da sind sehr viele Leute in der Industrie gerade sehr, sehr begeistert, was man da alles Tolles machen könnte und wie man sich wichtig machen kann und Präsentationen geben. Super. Und in Linux haben wir relativ viel Support dafür schon, aber es ist ja alles noch stark und eine Entwicklung. Also den einen Treiber, den ich jetzt vor einem halben Jahr reingekriegt habe, ist der PMEM-Driver. Also das ist eigentlich nur eine RAM-Disk, die aber eben dieses Persistent Memory macht. Das war viel zu einfach. Deshalb hat Intel jetzt noch ein ganzes Subsystem drumherum geschrieben mit ganz viel ECPI und EFI, damit es nicht zu einfach ist. Aber gut, brauchen wir halt für Ihre Plattform. Und dann gibt es was, das DEX heißt, Direct Irgendwas Access. Und die Idee ist, wenn wir halt dieses Persistent Memory haben und wir wollen das eigentlich direkt einer Applikation zur Verfügung stellen. Und die Idee ist, wir haben ja so ein Interface für die Applikation. Unter Linux und Unix seit den späten 80ern kennen wir ja M-Map. Und M-Map ist mehr oder weniger ein direkter Blick auf die Festplatte im Speicher. Der Unterschied ist, dass da natürlich noch der Arbeitsspeicher dazwischen ist. Das heißt, die Applikation schreibt eben nicht auf die Festplatte, die Applikation schreibt den Speicher und der Kernel schreibt es transparent für dich zurück. Mehr oder weniger. Und mit DEX exportieren wir jetzt halt diesen persistenten Speicher direkt in die Anwendung. Also wenn wir jetzt ein Teilsystem haben und einen Blocktreiber, die das supporten, kann ich ein M-Map machen und schreibe direkt in diesen Speicher, der persistent wird. Kommt drauf an, wem man redet. Also diese, die klassischen NV-DIMs, die sind ein paar Gigabyte, vielleicht auch mal ein halbes Terabyte, wenn man Glück hat, aber eher kleiner. Die Sachen, die Intel jetzt ankündigt, sind gigantisch, also Multi-Terabyte, sonst was. Da noch eine Frage? Oder die gleiche? Ja, und was da halt noch sehr, sehr interessant ist, was die meisten Leute so ein bisschen ignorieren, ist, dass halt jetzt Cache-Flushing sehr, sehr interessant wird. Also die CPUs haben halt Caches, L1, L2, L3 und sonst was. Und der ganze persistente Speicher der Welt hilft mir nichts, wenn meine Daten noch im CPU-Cache sind. Das heißt, man muss jetzt sehr viel mit, Instruktionen arbeiten, die halt durch diese Caches durchgehen oder sie genauso explizit flaschen, wie wir halt bei Dateien früher immer ein F-Sync machen mussten, damit die Daten auch wirklich auf der Festplatte sind. Und ja, ganz interessant. So, und das andere, wenn ich ein bisschen darauf eingehen wollte, ist jetzt so Interaktion von Storage und Dateisystemen. So im klassischen Diagramm, wie in der Operating Systems 101-Vorlesung, ist hier oben das Dateisystem, da unten das Storage und das war's. Aber so einfach ist das nicht, denn inzwischen benutzen wir auch oft Dateien in einem Dateisystem als Storage. Ich hab schon kurz über den Loop-Treiber gesprochen, der ist halt vor allem ursprünglich viel für Entwicklungen benutzt worden. Inzwischen auch sehr populär bei der Container-Fraktion, die alle unskalierbare Dateisysteme wie X4 benutzen. Ich wundere, dass es nicht skaliert, wenn sie ganz viele Container haben und anstatt Sinnvolles zu benutzen, nehmen sie dann halt mehrere auf einem Loop-Device. Was da üblicher ist, sind halt VM-Images. Das heißt, wenn ich jetzt KVM hab oder meinetwegen, wenn's unbedingt sein muss, auch in VMware, dann hab ich oft eine Datei, die dann für das virtualisierte Gastbetriebssystem wie in Storage, die man jetzt aussehen. Und das wird halt viel im User-Space gemacht. Da hab ich hinten links auch nochmal einen Vortrag von mir von vor fünf Jahren oder so, wo ich mal den Storage-Sec in QEMU, also das Ganze nochmal nur im User-Space erklärt hab. Das kann auch ganz interessant sein für Leute, die viel mit Virtualisierung, Cloud und sonst was zu tun haben. Und das dritte Interessante ist das SCSI-Target. Und da wollen wir nochmal... Da reden wir da jetzt erstmal drüber. Und die Idee ist, dass wir jetzt halt die ganze Zeit geredet haben von Linux quasi als Benutzer von Storage. Hier ist Linux, da ist eine Festplatte oder irgendwas, aber das Ganze geht ja auch umgekehrt. Denn in Linux haben wir auch ein SCSI-Target, mit dem Linux quasi dieses Storage-Device sein kann, mit dem wir immer gesprochen haben. Und das ist ein generisches Subsystem, was halt mehrere, also ganz viele SCSI-basierte Protokolle unterstützt. iSCSI haben wir schon mal erwähnt, über TCPIP. Dann gibt's noch SRP und ISA. Das sind zwei verschiedene Protokolle, wie man SCSI über InfiniBand und andere ADM-Sachen macht. Einmal simple und einmal kompliziert. Denn ISA ist eigentlich iSCSI, was dann unten nochmal rumgefremelt ist, um auf InfiniBand zu gehen. Sehr schön kompliziert, wenn man viele Layer mag. Fiber Channel, sowohl in der klassischen Variante mit einer PCI-Karte, als auch Fiber Channel over Ethernet, was eine Zeit lang gehypt wurde, aber niemand wirklich benutzt. Aber wir können es trotzdem. Dann USB und Firewire. Da gibt's auch das klassische USB-Storage. Jetzt gibt's UAS, USB-Attached Storage. Das gleiche nochmal. Wir hatten gehofft, mit weniger Bugs, aber es sind genauso viele drin. Oder SBC, das ist das Ganze für Firewire, inzwischen wahrscheinlich auch eher tot. Und dann noch die ganze Virtualisierung. Also wir können SCSI auch über Wirt.io für KVM und Konsorten exportieren. Oder das gleiche nochmal in grün für Xen. Geht alles. Und zum Glück ist auch nicht viel Code dupliziert, weil halt alles gemeinsam ist, was gemeinsam sein kann. Und damit können wir halt jedes Block-Device exportieren. Also auch irgendwelche komplexen Device-Mapper-Konfigurationen, wie wir vorher gesagt haben. D-Dub und Caching und tralala und jodda, jodda, jodda. Oder eine Datei im Dateisystem. Also dadurch kann das dann sehr flexibel werden, wenn man viele kleine Devices hat. Und Leute benutzen das für alles Mögliche, aber so zwei ganz typische Use Cases. Es ist halt einmal so ein hochverfügbares Eisgasier, da meinetwegen auch mal Fiber-Channel-Target zu bauen. Dann machen wir halt ein HA-Setup, ein Cluster, ein LVM und so weiter. Und man hat mehrere Nodes, wo man drüber rankommt. Oder zur Zeit sehr, sehr beliebt ist halt dieses Ceph-Block-Devices zu exportieren, damit irgendwelche blöden anderen Betriebssysteme, die es nicht direkt unterstützen, davon auch teilhaben können. Und so weiter. Und dann, da bin ich jetzt mal drüber gesprochen. Und weil, wie gesagt, diese Dateisysteme und Storage jetzt echt sehr viel synonym benutzt werden, die Dateien als Storage ist da auch eine gewisse Feature-Parity. Also wenn wir den Provisioning auf der Storage-Ebene haben, das hat man im Dateisystem schon immer, die Sparse-Files, kann Unix seit den 80er-Jahren, Storage brauchte da viel länger. Das Trim und Unmap können wir machen. In XFS können wir seit Mitte der 90er schon Löcher in Dateien machen, also irgendwelche Daten in der Mitte von einer Datei wegschmeißen, dass man danach nur noch Nullen rausliest. Das kopieren kann ButterFS schon lange, XFS bald auch. Also das wir eine Datei virtuell kopieren, ohne wirklich die Daten umherzuschreiben und stattdessen Copy und Write zu machen. Ein Write-Same-Pattern schreiben können wir am Dateisystem nicht ganz, aber solange es Nullen sind, was die meisten machen, können wir es super. Es sei denn NFS, das hat jetzt auch ein Write-Same im Protokoll, was aber wahrscheinlich niemand implementieren wird, weil es auf ein Missverständnis basiert. Ja, NetApp hat gedacht, Oracle wollte das haben, aber Oracle wollte es gar nicht. Ja, und das war es eigentlich und den ersten Link wollte ich nochmal aufmachen, weil der wirklich sehr interessant ist. Also ich habe da jetzt eine stark vereinfachte Variante von dem Storage-Deck gemacht und das ist irgendwie noch ein bisschen klein. Und wenn man halt wirklich das volle Programm haben wollen mit dem Target, worüber ich jetzt geredet habe, da rechts oben, mit den Dateisystemen ganz oben, dann den Block-Layern, dann den ganzen Treibern, gibt es dieses schöne Linux-Storage-Deck-Diagramm vom Werner Fischer und der updatet es regelmäßig. Ich schicke mir nur wieder auch Patches dafür, da kann man wirklich mal allen kleinen Kram verfolgen. Und die haben auch ein sehr schönes Wiki von Thomas Krenn, wo das mit draufsteht, wo es zu vielen Sachen auch nochmal ganz nette Ressourcen gibt. Also möchte ich eben nahelegen, wer sich für das Thema interessiert. Genau, der zweite Vortrag ist von Martin Patterson, da geht es halt um diese Data-Integrity-Metadaten. Das dritte ist mein Vortrag über BlockMQ und wie wir es in SCSI benutzen. Und das vierte, interessante vielleicht für die Virtualisierungs-Crowd ist halt nochmal mein alter Talk über den QMU-Block-Layer für die virtuellen Maschinen. Okay, das war es für heute. War das vorhin im Runt gebracht zum Thema X4 auf Container? Container. Magst du dir erklären? Es ging gar nicht spezifisch um Container. Das Problem ist einfach, dass das X4 nie wirklich auf große CPU-Zahlen unglaublich viele Benutzer skaliert hat und dann gerade die Leute, die halt ihre 10.000 Container auf einem System hosten wollen, sowas benutzen und sich dann über die Limitierung wundern. Also das war eigentlich kein Rant. Das war eher ein Rant über die Leute, die Sachen falsch benutzen. Also wenn man viel skalieren will, ein Teilsystem auf jeden Fall XFS und ButterFS ist zum Beispiel von Featuren sehr interessant, skaliert aber noch schlechter als X4. Also muss man halt für jeden Use-Case mal schauen, was da gut passt. Irgendein Trace von deinem eigentlichen Workload. Also Tracing-Tools gibt es viele, da musst du mal suchen. Also auch in der akademischen Community gibt es da unglaublich gute, falls du einen Block-Trace-Tools über viel verwenden. Also online, also du nimmst oben deine, kriegst deine Requests rein, du hast dann halt eine In-Memory-Hashtable und ich glaube sogar noch eine Persistente, worüber das dann gematcht wird und du dann quasi die Copy-and-Write-Trees erzeugst, die du auch mit dem Find-Provisioning-Target machen würdest. Das ist auch noch ein sehr lustiges Target, was wir für Device-Mapper haben. Ich glaube, es ist jetzt gemerscht, ein Compression-Target für den Device-Mapper und Block-Device-Compression ist halt immer ein bisschen interessant, weil du dann deine fixed Block-Größen nicht mehr hast. Und was sie gemacht haben ist, ihr Target sind Flash-Devices, dir das eigentlich überhaupt nicht interessiert, ob du viele logische Blocks verwendest, weil sie die intern eh remappen. Das heißt, das komprimiert die Blöcke klein, aber verschiebt die Offsätze nicht. Also du hast ein super Sparse-Image, aber deutlich weniger Daten und das scheinen mit einigen Flash-Devices sehr, sehr gut zu funktionieren. Und vor Januar probiert ein Stabil-Brenner in das Netzwerk verwenden mit Eis, Gasi und AVE. Ja. Dann bauen wir eigentlich fast einen Absturz. Das weiß ich nicht. Was? Also Lösung ist auf jeden Fall irgendein stabiles Setup zu nehmen, also eine Distribution und nicht irgendwie den letzten Development-Körnel. NPD ist halt, wie gesagt, sehr, sehr einfach, funktioniert aber eigentlich sehr gut und da würde ich sagen, da rätst du auch nochmal nachher in dem Talk mit dem Vortragenden. Eisgasi halte ich persönlich halt sehr, sehr wenig von. Das ist ein ziemlich katastrophales Protokoll. Das ist sehr schwer korrekt zu implementieren. Und wie gesagt, wenn man InfiniBand oder halt iWarp oder so hat, ist SAP ein sehr schönes, einfaches Protokoll, was auch dementsprechend stabil implementierbar ist und inzwischen auch ist. Am Anfang war es das nicht. Wo wir gerade bei alten Erfahrungen sind, ich habe mal mit Skylink Target gespielt und konnte damit ein Hardbox-Server auf dem Linux-Setter einbegreifen lassen. Hat das dann funktioniert? Selbst Vergrößerung und so weiter. Ja. Beim Target-Code habe ich dann auch mal relativ viel Arbeit gemacht, eine Zeit lang. Das ist halt unglaublich nützlich, wenn man quasi ein Storage-Device sein kann. Dann hat man die volle Kontrolle dahinter. Und zum Beispiel das Linux-Target, das wird auch bei einigen relativ großen Speicherboxenherstellern benutzt. Zum Beispiel Pure Storage, was zurzeit so ein relativ heißer Name im Flash-Array-Bereich ist. Die benutzen das Linux-Target, dann machen sie zwar alles im User-Space wieder raus, aber prinzipiell so die ganze Protokoll-Implementierung ist das zum Beispiel. Das wird auch wirklich sehr kommerziell in Produkten benutzt. Eine ganz andere Frage, wann ist denn das Multi-Tune abgeschleusten oder war das Loop-FQ das kann man dann rein? Loop? Ach, du meinst vom Ming? Ja, ja. Also prinzipiell ist das nie oder noch lange nicht ganz abgeschlossen. Die Idee ist, jetzt haben wir halt die Infrastruktur und jetzt langsam eins nach dem anderen wird halt jeder Treiber konvertiert und der große Brocken war halt die SCSI-Arbeit, die ich gemacht habe, weil dadurch, dass wir das im SCSI-Layer gemacht haben, konnten wir halt die ganzen eigentlichen Treiber ohne Veränderung weiter benutzen. Beziehungsweise, wenn man es voll ausnutzen will, müsste man ein paar Veränderungen machen, aber es funktioniert auch ohne. Und alle Treiber, die halt nicht SCSI oder SATA sind, die müssen dann halt alle einzeln drüber konvertiert werden und wir kriegen so einen pro Cycle oder zwei pro Cycle zur Zeit, also langsam ausstetig. Ja, also für die jeweiligen Treiber, also für die, die konvertiert sind, funktioniert es und es ändert sich nicht so viel, also ist relativ beständig und stabil zur Zeit. Klar gibt es immer mal ein paar kleine Fixes und irgendwann werden wir auch nochmal weitere Features einbauen. Und die Arbeit ist jetzt halt wirklich so viel wie möglich, hoffentlich alles rüber zu ziehen, dass wir irgendwann in alten Code auch mal loswerden. Ähnlich. Also ich habe jetzt keine Slides da, aber das war ja hauptsächlich das Problem, dass man die ganze Zeit die Logs halten, die noch viel schlimmer sind für mehrere CPUs als nur über die Lohns. beziehungsweise für genug, brauchst du dann auch einfach genug CPUs, um die alle voll zu kriegen. Also es ging auch ganz explizit um Skalierung auf Nummer der CPUs und auch ganz speziell Nummer-Effekte, wenn der Speicherzugriff noch teurer wird. Würde ich aber empfehlen, einmal die Slides von mir anzuschauen und der Bart von Asche, der bei Sandes gearbeitet, der viel getestet und reviewt hat bei mir, der hat nochmal einen anderen Vortrag dieses Jahr gehalten auf der Linux Foundation Vault Konferenz, da kannst du auch mal nachsuchen, das ist auch sehr interessant. Ja, die sind alle raus. Aber wir werden wieder einen hinzufügen müssen, weil es einfach Workloads gibt, wo du sie brauchst, also vor allem sehr langsame Platten, so so Nearline-SaaS kriegten und der Jens hat jetzt mal einen Prototyp gemacht von einem vereinfachten Deadline-Scheduler und ich hoffe, dabei wird es bleiben. Was noch interessiert wurde, ist, wie ist das in Kernel aufgeteilt, weil das ja dieses Architektur-Diagramm gehabt. Gibt es in Kernel einen Maintainer für das Storage-System? Nee. Ja, es gibt halt einen Block-Maintainer, das ist der Jens. Es gibt einen SCSI-Maintainer, das soll eigentlich der James Bond lieber machen, aber der macht nichts und entweder helfe ich aus oder das liegt irgendwie dumm rum. Und dann individuelle Treiber, die halt nicht dazugekommen, haben halt ihre eigenen kleinen Maintainer oder Device-Mapper ist halt noch ein richtig großes Team zum Beispiel. Und die Zusammenarbeit mit dem EI-System oder ist das mehr oder weniger ein autarkes Team? Die Überlappung ist relativ gering, also ich bin die Überlappung. Also Dateisystementwickler haben eher mehr mit Memory-Management-Leuten zu tun. Dave Chinner macht hin und wieder noch ein bisschen was in Richtung Blockly, also nur die XFS-Leute. Aber generell ist das eine relativ harte Barriere, aber relativ harte Separierung. Was für eine Größenordnung von Leuten arbeiten an diesem Block-Layer? Also wirklich Block-Layer selber sind nicht viele. Also vor allem Jens und ich und der Ming, ein Chinese von Canonical macht recht viel. Und sonst halt immer mal wieder jemand von den Device-Mapper-Leuten oder Leute, die an einem Treiber arbeiten. Aber so wirklich konsistent sind es eigentlich nur wir drei. Ja, weitere Fragen? Christoph? Nichts Fragen? Vielen Dank.